oh gott ja ich habe geschickt warum ich kann den markt ausgehen können also ja ich habe das ist ja das ist ja nur ein stück des levels du brauchst ja ich habe das auch schon der schlechter zweitmals nichts von hier ist ein kohle stück ist dann kohle trocken was nicht auch nur die brauchen kann aber zum bahnhof was in der bahn hatte kommt wirklich wirklich dass ich das auch ohne werkzeug ist ich habe ich glaube zumindest ich habe eben irgendwas aufgesammelt schraubendreher weitergeben an schon drin bereit die nächste bitte okay bei mir hast du dich gerade gar nicht bewegen wieso willst du mich verarschen toll dafür opfere ich mich mit was handwerke ich möchte ich nicht so eine scheiß machete haben kann man die kraft ich habe doch ganz viel zu machen irgendwie brauchen wir was zu essen und was zu trinken befürchte ich habe ich ja das haben doch eingesammelt die man da gucken und da essen ich bin hier wieder bei einem haus ist ein anderes haus ja viele zum liste haben wir das fenster ich habe noch hinter dir aufgeräumt ich bin du hast du dich umfass ja wir waren halt noch zum leben ja macht den erstwertig ich hab noch genug läuft jetzt kannst du mich vielleicht retten oder die wir das kommt jetzt kommt hier der nächsten trottel ja 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 links findet ihr das einfach drucken ich habe gerade das Bild da nicht angezeigt. Kann mir jemand Verdenkte geben oder mich irgendwie? Ja warte mal, komm hoch. Nylon Garn, Nylon Garn, Nylon Garn. Also ich habe drei oder vier Dosen Kornbeef, wenn jemand was zu essen braucht, sag Bescheid. Wo sie mit Erbsen nutzen? Ah, du brauchst Heilung, ne? Mhm. Na, wäre gar nicht mal so gut. Ich habe das Badezimmer aufgebrochen. Wollen wir mal was? Ist jemand drin? Nee, hier ist aber auch gar nichts. Wolltest du nicht mich heilen? Ich habe dir doch was gegeben. Ach, du hast mir was gegeben. Ich kann nicht heilen. Natürlich. Also ich kann, bei mir stand eben bei der Blue-Vo-Hin, ich kann dir helfen. Ja, aber nicht, wenn du stehst. Und wenn du, wenn du im Boden gehst. Nee, die hat ja schon gestanden. Naja, aber wenn ich glaube, bei der Steher steht nichts. Okay. Ja, vielleicht weil ich zu viel Leben habe oder so. Ich brauche was zu trinken, ganz dringend. Ja, ich habe... Kannst du hier die Wasserflasche auf? Ja. Komm mal her, ich habe eine Mood. Wo hast du sie denn her? Gefunden. Ja, siehste. Ja. Cool, eine Limo-Dose. Ja, wir sagten, dass da was drin ist, ne? Da steht 0,5 irgendwas. Ui, cool. Äh, vielleicht ist nicht immer so ein Verband benutzen. Guck mal, jetzt habe ich neunzehn Sekunden irgendwas. Das ist eine kohlekrube. Wie ist die kohlekrube? Wo steht da eigentlich? Wie ist die kohlekrube? Ja, ich frage mich nicht. Wie ist die kohlekrube? Hau, ich frage mich nicht. Naja, ich frage mich nicht. von friedhof vielleicht auf ewig unter die erde bringen ist eigentlich schon gemeint dass du die dann auch noch geklaut hat so ein bisschen geht der erste sind auch schon teilweise leicht bekleidet das sind ja die schlampen oder den zombies und einen offenen bauch haben wir auch die haben halt das übertrieben mit bauch freine ich kann nicht wieder dinsen ich habe ja auch viel holz eingesammelt weil du die heilpflanze eingesammelt hast das ist gut weil geben wir alle stoffstücke Wollen wir mal wieder zum Camp zurückgehen und äh... Nächste Mission machen oder sowas? Ähm, ja, dann springen wir, oder? Mal gucken, wo ist denn unser Camp überhaupt? Wird gefragt. Ich gucke auf die Karte, das muss man unten links sehen. Okay. Gucken wir mal was finden. Wieso habe ich denn 6 Bögen? Wollen wir hier wieder ein Haus, Blut. Oh, dann können wir... So. So, macht man Türen auf, wenn man keinen... Skill hat. Da ist ja auch nix drin hier. Okay, das ist zu weit links gelaufen, glaube ich. Wieder irgendwas mit 300 Prozent. Salpeter habe ich gefunden. Oh, das ist okay. Cool. Putten nützt uns bestimmt irgendwann mal wieder das. Und... Kopf weg hier, jawoll. Nice. So, 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 so. Ich dachte, ich hab dich ja... Ich hab ihn so geprügelt, wie im Baum geprügelt, dass es aussehen zu setzen. Ich hab da hin gesetzt. Stoffstück habe ich genug. Stoffstück habe ich genug, ich bereue es wieder heizlos. Ich bin, glaube ich, am Ende der Netbräume angekommen. Ja, wir sind am... am... linken, unteren Ende, glaube ich, von der Netbräume angekommen. gewesen eben. Ich würd gern mal Rüstung craften, oder so. Ich würd gern mal Rüstung craften, oder so. Oh Gott, ey. Das war schon ein Gebet auch, so'n Scheiß. Ja. Das kann ja gut sein. Ich bin nur Geldstück, nur ein Stoffstück. Ich würd gern mal gucken, was ich mache. Ja, ich hab' ich gefunden. Naikampfwaffenexperte 1. So, guck, ruhig, Armroll. Wenn Leichte Verbandhälte steht. Oh. 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 schon tot ist er voll wo zum henker ist unser camp das sind wir noch nicht gefunden und recht kundig viel von der karte aber es ist weggelaufen ich glaube ich habe wieder einen berg da kann ich gar nicht was hier bei mir auf dem berg gibt es auf jeden fall was die sind so viel heilpflanzen 2234 in dem stück ist jetzt noch eine flasche also irgendwie super dass der schokorie der zieht ihr wieder wasser ab ja also ich gucke ich laufe jetzt straight man nach rechts unten weil ich bin jetzt in unseren kämpft hast du heimweh ja ich bin wieder zurück links unten an der karte was ich frage mich, ob man mit dem regen irgendwie wasser auffangt hier geht es noch weiter da gibt es aber nichts mehr weiter aber hier geht es wieder runter ah guck mal hier waren wir doch nicht hier sind wir auf jeden fall wieder in dem gebiet was ich kenne oh mein gott also ich komm gerade wieder zum bahnhof zurück also da ist auch wirklich hier 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 hier